Hey ho Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Crossfire Ich hab erst im ersten Moment gedacht das wär ich der Typ jetzt hier da wo man grad sieht, weil der auch ne Minimi hat Ja und ja wir spielen heute Hygobod wie man sieht Jo und äh Ja Fangen wir mal an Mein Headset ist sozusagen im Arsch Da funktioniert jetzt nur noch der linke Kopfhörer Der richtige geht nicht mehr Ich weiß nicht Kabelbruch oder irgendwas Äh Kann ich auch nicht machen weil ich mich da nicht auskenne Aber aufnehmen tut er noch Also ich hatte früher schon mal das Problem Dass Äh Das, das, das Äh Ich ein Headset hatte, hab damit aufgenommen und dann haben die Zuschauer Also in dem Video hat man auch nur die linke Seite gehört Das ist in dem Fall hier nicht so Habe ich schon getestet mit einem anderen Headset So Aber ich benutze es trotzdem wegen dem Mikrofon Ich hätte auch eigentlich nur das Mikrofon anmachen sollen und das andere Headset nehmen sollen Aber weil ich ja im Crossfire sowieso nicht mit Zaun spielst du mir das eigentlich relativ Latte Oh Hansa fällt runter Ja und dann werde ich auch noch Mutant Hey du Hey Hallo Hallo Da 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 ladala da 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 Lass mich durch 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 Ja beide gegrapscht so einfach So einfach ist das Okay einfach war das nicht Jetzt musste ich erstmal am From Vadim Magazin Hushalten Aber dann gehts Oh hier ist irgendwie wie der ein Hubschraube drauf geflogen mal läuft es richtig flüssig wie jetzt gerade und dann wieder nur gerade hatte ich 60 FPS jetzt habe ich nur noch 30 jetzt habe ich wieder 60 59, 60 58, ja ist ja egal so jedenfalls geht es weiter so wir haben wieder relativ früh morgen war ich ja im Moment nur immer statterisch im Moment immer so einen scheiß Schlafrhythmus habe und deswegen nehme ich morgens dann immer die Zeit irgendwie wird mein linkes Ohr warm habe ich so das Gefühl aber weint weint das würde ich auch mal wie wow Jenkins äh was geht mit dem da jo er kann fliegen I believe I can fly ich kann halt hier keine Waffen tauschen falls er das nicht wusste jetzt weiß er weil ich es ja ihm laut gesagt habe so jetzt schließen wir mal ein bisschen so aber den haben wir oh oh ja sorry ich muss nur nachladen oder geschrieben mal cover me aber gut kann man jetzt nicht ändern ja hast du auch zwei Minimi Minimis Minimis ja drei Minimi ist einfach die chilligste Waffe ist zwar nicht die beste Minimi weil es gibt ja weil es gibt ja MG3 und Minimi Gold aber für die brauchst du nichts machen du kannst einfach mal einen Monat Pause machen oder so jetzt vorm Spielen oder so oder eine Woche ich weiß ja nicht wie lange die Tage ich glaube wenn man eine Minimi kriegt hat man die eine Woche lang oder so jedenfalls kannst du dann eine Pause machen kannst dann wieder einsteigen mit der Minimi die du eh hast und so dann brauchst du dich nicht irgendwie bemühen oder andere Games zu spielen und dann eine gute Waffe zu haben oder halt permanent eine Minimi hast oder du hast halt die normale aber es ist schon chillig hier unten zu sitzen als Hiro zwei Kollegen hier und dann einfach nur drauf platzen das chillt das geht so auf den Sack wegen dem dass man nur alles auf dem linken Ohr hört oder rechts ne links von euch aus also wenn man gegenüber mir dann ist es rechts aber gut ich verplappere mich hier wieder sauber ich war der Beste aber es auch als Hiro ist halt nicht schwer der Beste zu sein ich will der Allerbar Beste sein nicht so äh hey du was geht ab der wird gerade gekickt und die Neid oh Mann ich bin behindert hey du nein du bist doch der Gattelgang Typ ne du bist der Gattelgang Typ komm her nein dich schnapp ich mir Alter du gehörst mir du gehörst mir Alter du gehörst mir Alter du gehörst mir Alter bist zwar schön flink unterwegs aber du gehörst mir ey geht doch endlich Alter er konnte sich halt nicht wehren richtig weil er keine äh weil er keine jetzt helf mir doch du voll Idiot weil er äh Gattelgang hat und damit halt lahm ist deswegen musste er äh nur könnte er nur äh mit Pistol spielen so gerade war ein bisschen aufgeregt aufgeregt ne eigentlich aufgeregt nicht sondern einfach nur unter Stress dass ich nicht verricke ich hab schon gedacht den krieg ich niemals Alter aber hat er gut gemacht ist gut ausgewichen und so deswegen mag ich keine Gattelgang Gattelgang mag ich nur wenn ich irgendwo drin sitze aber sonst hasse ich Gattelgang du bist einfach so schnell wie ein Panzer Alter noch langsamer bist du ey läuft ja fast schon in Slowmotion dann da rum ja jetzt willst du Rache Bro ne jetzt willst du Rache ich geh mal kurz nachladen Freunde meine Mini Mini hat nämlich noch ein Bruder Ich finde scheiße, ich wieder laber. Okay, am 3. Morgen sind gerade aufgestanden. Kein Wunder, dagegen hilft aber ein schöner Energy Drink. Sorry. Na? Oh, habe ich jetzt meinen Timer ausgemacht? Nee, er läuft noch, das ist gut. Hallo, jemand da? Ah. Meiner, sauber. Scheiße, keine Munition mehr, keine Munition. So, pew, pew, pew. Ja! Hä, wie kommt der, wie kommt der Frosche durch? Okay, er hat ein bisschen gelegt, aber trotzdem. Ich habe ihn doch mit einem Anaconda abgeballert, der dürfte eigentlich gar nicht durchkommen. Wollte ich jetzt schon sagen, wollen wir mich jetzt kriegen? Warum habe ich jetzt 60 FPS, wenn ich nur 30 FPS eingestellt habe? Hm. Oh. Habe ich jetzt die Aufnahme beendet? Mal kurz gucken. Nein, habe ich nicht. Ich habe nur einen Screenshot gemacht, aus Versehen. Oh nein, jetzt bin ich doch bestimmt, oder? Nein. Okay, das hat sie gerade so laut angehört. Oh, wir sind alle gefangen. Das ist ja cool. Ich muss aufpassen. Weil die spawnen ja wieder, deswegen muss man immer aufpassen. Nicht, dass da dann einer gleich einen Money-Hit macht. Und dann am Arsch ist. Und dann sind wir am Arsch. So, oh, hi. Ey, du Typ. Was ist denn dein Freund? Ach, hier unten. Hallo. 48 Kills. Oh, oh. So, aber kein Ding. Wir sind wieder oben. Oh, oh. Es werden immer mehr Freunde. Du lässt unseren Kollegen in Ruhe. Ich muss nachladen. Nachladen. Ey, wo sind meine Freunde? Ach, die sind da unten wieder. Okay. Häää. Ich glaube, die skypen oder tf'n gerade. Die sind beide gleichzeitig immer wieder runtergegangen. Ich weiß gar nicht, ob das die gleichen sind. Aber trotzdem. Irgendwie tote Hose gerade. Sind da nur noch 20 Sekunden. Aha. Da wollen sie ja alle kommen hier, Freunde. So geht das aber nicht. Nur 10 Sekunden, dann halten wir noch aus. Außer da kommt wieder so ein Typ, der einfach durchrennt. Aber das sieht nicht so aus. Warum so? F-11. Hä? Behindert? Hey du. Zack. Erstmal ein Messer. In der Birne. Ah ja, jetzt werde ich gekickt oder was? Warum auch immer ich gekickt werde. Weil ich ja total am hacken bin. Aber ich wurde nicht gekickt. Warum auch? Ich habe doch gar nichts gemacht. Ich bin nicht der Beste und ich bin auch nicht der Schlechteste. Also, Leute. Leck meine salzigen Eier. Hi, Freunde. Oh. Ja, toll. Du Typ vor mir. Du bist auch so. Also, wenn ich an seiner Stelle gewesen wäre, wäre ich jetzt nicht mehr reingegangen. Oder doch, ich wäre auch reingegangen, weil ich ein Vollidiot bin. One, Hansa. One. Hä? Bist du behindert? Wer hat dir denn in dein Frühstück gekackt, Alter? Was schreibt der für eine Scheiße? Ich glaube, der mag mich nicht. Okay, weil ich ihn auch immer wieder gekillt habe. So, den habe ich jetzt gar nicht gesehen. Ah, da ist er doch unser Freund. Ich verballe jetzt meine Granaten. Das ist ein Rain. Und schon kippt er um. Oh, da hat er aber mich erwischt hier, Freund. Da hat er mich erwischt. Da, da hat er mich erwischt. Heute ist wieder so eine total behinderte Kack voll. Hä? Achso. Nein! Boah! Puh, da hat er mich fast gekillt, Alter. Ballert, Leute, ballert. Ich will von jedem gekillt werden, außer von dem Typen, ja. Nein, nein, nein. Da bin ich auch kein Schild mehr. Hero sitzt hier wie auf dem Präsentier-Teller-Hai. Darauf erst mal noch einen Schluck. Komm, noch 10 Sekunden, Freunde. Da ist er wieder. Time was abgelaufen. So, ha, sauber. Wir haben es überlebt. Gut, gut, gut. Yeah, 3.300 Punkte und 800 GP. Läuft. Ich weiß nicht, in welche Runde wir reingekommen sind. War das Runde 11 oder so? Und guck mal, wie hoch wir uns gekämpft haben, obwohl wir 11 Runden verpasst haben. Ja, das ist doch ganz gut. So, Leute. Was sagt denn hier? 30.000 GP hab ich, ey. Was soll ich damit machen? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich spare vielleicht für eine Waffe oder so, die ich einfach noch nicht habe und nie benutzen werde. Super Aussicht. Ja, gut, Leute. Falls euch diese Folge gefallen hat, dann schaltet auch nächstes Mal wieder ein. Zwei eine weitere Folge, Let's Play Crossfire. Ich wünsche euch auch einen schönen Tag und bis dahin. Tschüss.